Ich bin Monika Philipp und ich liebe die Natur über alles. Ich kann mich am besten erholen in der Natur. Ich finde mich in der Friede, wenn ich draussen sein kann. Dann habe ich spezielle Plätze, wo ich mich einfach sehr wohlfühle und immer wieder an den gleichen Ort gehe. Es sind unterschiedliche Orte, wo man Kraft tanken kann. Ein fliessendes Wasser, ein wunderschöner Baum, eine Nahnhöche, wo man eine wunderschöne Aussicht hat. Ein Ort, wo man den Wind und die Sonne spürt. Es gibt so viele schöne Sachen. Und das Erlebnis teilen können mit anderen, das ist ganz toll. Ich bin Führerin im Heidiland an die Orte der Kraft und Orte des Staunens. Ich zeige wunderbare Stellen, wunderbare Orte. Sie sehen alte Bäume, spezielle Plätze, wo das Wasser fliesst, alte Kultplätze. Mein Ziel ist den Menschen zu zeigen, wie man sich mit ganz einfachen Mitteln in der Natur freuen und sich erholen kann. Ich zeige ihnen, wie man so Plätze finden kann, wie man sich entspannen und zur Ruhe kommt. Und zeigen, dass man einfach mit dem Aufenthalt in der Natur zu sich selber wieder zurückfinden kann. In der Hektik des Alltags, im Stress, es braucht keine Beruhigungsmittel. Es ist ganz einfach, sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und man kommt wieder bei sich selber an. Und hier sind wir dir so. Wenn wir Sie seh condemn, dass wir im nähmen,istycz kinden sind. Und hier werden einfach die Summe aufnahmen einig geflächter werden und hierrypte an. Jetzt kommen wo wir niye mit dem That−Spot hinarbeiten. Ich gebe meine Niem можешь. Vielen Dank.